Hallo, ich bin Sue Taibi. Ich freue mich sehr, das Experiment machen zu können und zwar mit der Sonja. Ich werde versuchen, einen Kontakt herzustellen ins Jenseits und ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen. Okay, gut. Ich freue mich. Okay, dann wir haben ja schon so ein bisschen vorbesprochen, was dein Job ist. Staube mich, wenn etwas unklar ist. Ab und zu ein Ja zu bekommen ist auch ganz nett. Ich werde ein paar Sekunden brauchen, um mich einzustimmen. Dabei schließe ich normalerweise die Augen für einen kurzen Moment. Dann mache ich auf und dann erzähle ich dir mal, wen ich hier sehe und was sie zu erzählen haben. Okay? Okay. Gut. Gut, ich habe mehrere Kontakte hier. Ich habe zwei Personen, die ich wahrnehmen kann von Vaters Seite der Familie. Ich habe zwei bis drei Verbindungen von Mutters Seite der Familie und ich habe noch ein bis zwei Personen, die nicht blutsverwandt sind mit dir. Okay. Ein Kontakt davon ist ein junger Mann, jung im Sinne von deine Generation, aber wie gesagt nicht blutsverwandt. Okay. Und die andere nicht verwandte Person bin ich noch nicht ganz schlüssig, wer das ist. Okay. Starten wir mal in der Familie, wenn das okay ist. Und wie gesagt, du stoppst mich, wenn du etwas nicht verstehst. Ja. Ich habe eine Resonance zum Großvater Vatersseits. Der ist ein charmanter Mann, aber eine Herausforderung, weil er gibt nicht so gerne das Zepter ab und ich bin mindestens so dominant wie er es ist und halte da so ein bisschen entgegen. Er möchte dann kurz über deinen Vater sprechen. Okay. Da gibt es einige interessante Punkte. Und ich hatte noch den Impuls von seiner Seite, dass er ein Kind verloren hat. Und das geht relativ weit zurück. Das heißt, es müsste, ich bin nicht mal sicher, ob das ein Onkel oder eine Tante ist von dir, aber da gab es einen frühen Verlust innerhalb der Familie. Das heißt, wenn du das nicht weißt, was ich jetzt davon ausgehe, weiß ich nicht. Es ist vielleicht etwas, was du noch nachträglich anfragen könntest, respektive abklären könntest. Aber das ist sehr jung, also es müsste Kindesalter gewesen sein. Okay. Dann habe ich eine Resonanz zur Oma-Muttersseits. Und sie ist, wie soll ich das jetzt beschreiben? Omas haben ja meistens so das Bild, dass sie nett sind und lieb. Aber deine Oma hat auch ein bisschen was strenges an sich. Streng im Sinne von fordernd. Und sie hat ein enormes Bedürfnis, mit dir zu sprechen heute. Sie ist jetzt schon ein Moment in der geistigen Welt. Und es gibt wahrscheinlich keinen Tag, wo sie nicht vorbeikommt, um zu schauen, wie es dir geht. Es gibt auch ein, zwei Punkte. Es ist ein bisschen kompliziert in der Familie. Okay. Also die Geschichte ist ein bisschen verworren. Und ich möchte, du sagst mir, falls ich zu persönlich werde, weil das ja auch jetzt in einem öffentlichen Rahmen ist und ich möchte nicht zu privat werden, aber sie kümmert sich auch um familiäre Aspekte. Und sie hat auch gesagt, dass du schon sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen hast, dich viel verantwortlich auch gefühlt hast in der Familie. Sie möchte kurz ein, zwei Punkte zeigen, respektive ansprechen, als sie verstorben ist. Okay. Ein, zwei Punkte. Und dann hatte sie ein paar Botschaften konkret an dich. Okay. Und zwar, deine Oma zeigt, dass sie eigentlich bis relativ weit, bis eigentlich kurz bevor sie verstorben ist, noch alles dran gesetzt hat, sehr unabhängig zu bleiben. Und dann ist es rapide schlechter geworden. Also innerhalb von ganz kurzer Zeit hat sie extrem abgegeben. Und wenn ich es so vergleiche zu diesen letzten Tagen und vorher, man hat sich fast nicht mehr wiedererkannt. Also rein physisch hat sie sich sehr auch verändert. Es müsste wirklich die letzten zwei, drei Wochen gewesen sein. Ich habe sie nicht gesehen. Und gut, da hast du mir schon die Botschaft eigentlich schon fast vorweg genommen. Entschuldigung. Weil ich immer dieses Gefühl von ihr bekommen habe, sie möchte dir sagen, dass es okay ist. Okay. Und das ist ja nicht, dass du nicht wolltest. Ja. Das war sehr schwierig gerade in der Zeit, weil du noch andere Dinge auch hattest, die viel Raum eingenommen haben. Und irgendwie ist es nicht eine emotionale Distanz, aber ich habe noch eine geografische Distanz, welche ich wahrnehme. Also da ist keine Böswilligkeit oder Absicht jetzt von deiner Seite her. Und dann machst du weiß, dass sie das weiß, weil danach schon so ein Gefühl aufkam von, hey, warum war man da nicht noch näher dran. Aber für sie ist das in Ordnung. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Auf die Gefahr hin, dass du Nein sagst oder sagst, ich weiß es nicht. Gibt es da irgendwie Verbindungen zu Ungarn oder in den Osten von Omas Seite der Familie? Nee, das war eher der Westen. Das war die französische Oma. Eine Frage. Weil da gibt es, ich weiß nicht, wer oder was da jetzt noch reinfunkt, aber ich habe noch ganz gezielt Ungarn gekriegt. Und das ist schon sehr, sehr spezifisch. Also auch dieser Punkt wäre vielleicht interessant, mal ein bisschen zu forschen in der Familie. Okay. Es muss nicht blutsverwandt mit deiner Oma, Mutter Seite sein. Das kann auch angeheiratet. Aber behalte es mal auf der Seite. Ich möchte nicht zu viel verlieren. Und sie, das ist jetzt ein persönlicher Aspekt, ich möchte da gar nicht so tief reingehen. Es hat immer noch mit diesem Wechsel zu tun, mit diesem Umbruch damals. Sie sagt, dass du eine unglaubliche Entwicklung aufs Parkett geliefert hast in der Phase. Also extrem, wenn wir schauen, wie du vorher warst und danach. Also es war nicht eine einfache Zeit. Und sie sagt, sie sei unglaublich stolz, weil du das aus eigener Kraft geschafft hast. Also es fällt dir manchmal schwer, Hilfe anzunehmen. Und nicht, weil du mindestens so stur bist wie sie. Nein, aber sie sagt, dass sie da wirklich viele Nächte bei dir saß und dich unterstützt hat, weil es in verschiedenen Bereichen vieles zusammenkam in dieser Zeit. Und du das mit Bravour geleistet hast, oder? Gemeistert. Also das hast du ziemlich gut hingekriegt. Einfach das, das klingt vielleicht so, als ob sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche da ist, was nicht der Fall ist. Sie gibt ja auch da eine Privatsphäre. Aber da war sie sehr präsent. Gut, vielleicht um wieder den Fokus zu halten. Ich habe gerade gemerkt, dass seine Oma noch gar nicht so viel über sich erzählt hat. Aber die ist so, sie ist eher bescheiden. Also ich würde sie vielleicht schon als so eine, auf der einen Seite hat sie dieses Grande-Dame-Bild und trotzdem ist sie bescheiden. Ich habe gerade gemerkt, dass nur sie spricht und alle anderen gar nicht mehr zu Wort kommen. Lass mich, gut, ich gehe da kurz mit ihr, mit diesem Fluss mit und dann schauen wir noch für einen anderen Kontakt, wenn das okay ist. Aber sie mag das gerade gerne, diese Chance zu nutzen. Es ist tatsächlich dieser Impuls von einer beruflichen Veränderung, die aber größer sein könnte als vielleicht jetzt geplant und nicht im negativen Sinne. Aber sie zeigen mir dieses Bild, dass nochmal einen größeren Aufwand betrieben wird, um neue Grundbausteine zu setzen. Und das Spannende ist, auf der einen Seite geht es weg von dem, was du jetzt beruflich machst und trotzdem kannst du profitieren von dieser Erfahrung, die du jetzt gemacht hast. Und es wird kein schneller Wechsel geben, sondern ein fließender Prozess, der sicher schon über zwei, drei Jahre dauern wird, bis es dann eine größere Veränderung gibt. Jetzt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, dieses Bild, was ich da habe, jetzt mit reinzubringen, weil du ja auch Teil hier dieses Verlages bist. Du hast selber aber noch kein Buch geschrieben, ist das richtig? Ich schreibe es gerade. Danke, weil das war mein Punkt. Ich sehe dich am Buch schreiben und sage, warum, das ist jetzt, haha, aber es ist ja nicht selbstverständlich. Sie hat immer von diesem zukünftigen Buchprojekt gesprochen und dass das ein spannender, und sie hat gesagt, und das ist jetzt etwas, was vielleicht, es wird einen Wechsel geben im Buch. Ja. Es ist wie ein Bruch innerhalb des Buches, der vielleicht gar nicht mal geplant ist. Und wenn er geplant ist, dann wird er sehr interessant sein. Also es ist wie zweigeteilt, das Buch, so wie sie mir das zeigt. Also behalt das vom Hinterkopf. Okay. Das könnte sich noch spannend entwickeln. Okay. Und dann hat sie gesagt, dass danach nochmal ein Schreibprojekt kommt, was vertieft dann noch auf ein Thema eingeht, was jetzt nicht nötigerweise mit diesem Buchprojekt verbunden ist, sondern schon ein Ableger oder ein Hinweis auf diese nächste Etappe sein könnte beruflich. Also eine spannende Angelegenheit. Gut, ich möchte das kurz zurückkommen, weil ich schon sehr an diesen aktuellen Lebensthemen drin bin und eigentlich noch ein bisschen den Kontakt stabilisieren möchte. Gut, ich habe so datentes Gefühl, dass noch ein wichtiger Kontakt fehlt. Nebst Opa, Vaters Seite, den ich vorher noch reingenommen habe, sehe ich das richtig? Ja. Damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Innerhalb oder außerhalb der Familie? Also genetisch, ich muss so sagen. Innerhalb. Genetisch verwandt. Okay. Meiner Resonanz ist eher männlich. Und ich hatte auch, ich habe zwei Kontakte, welche ich spüre. Der eine Kontakt sehe ich in Vaters Generation, also eine väterliche Tendenz, die ich bekomme. Darf ich fragen, mein Impuls war Vater und nicht Onkel? Die Person, die ich noch... Ja. Ist der Onkel von meinem Vater, tatsächlich. Ah, doch der Onkel. Der Bruder von meinem Opa. Ah, okay. Gut, dann habe ich das falsch verstanden. Weil ich war so unschlüssig. Ich habe immer Vater gesehen und dann Onkel gehört. Aber ich dachte, es sei dein... Tut mir leid für das Missverständnis. Ja, ja. Alles gut. Ganz ehrlich, ich habe von diesem... Moment schnell, das war ja Großonkel. Mein Großonkel. Mein Großonkel, genau. Zu dir. Der hat eine unglaublich väterliche Energie. Mhm. Also ich sehe ihn viel näher als viele Großonkel und Tanten, die ich sonst wahrnehme. Also da habe ich schon eine wichtige Kopplung an dich. Ja, ich glaube, es gibt eine ganz enge Kopplung. Und ich habe einfach diese Nähe gespürt. Ja. Deswegen war ich unsicher, ob es Vater ist, weil ich einfach diese Energie mit reinkomme. Und da gibt es aber die Verbindung, von der du auch gesprochen hast. Das ist irgendwie speziell. Es gibt nicht nur die persönlichen Erlebnisse, sondern etwas darüber hinaus, was ich als Bindung oder spezielle Bindung sehe. Ich verstehe noch nicht, was es ist, aber ich kann es nicht koppeln an einfach nur, dass man sich getroffen hat und gesehen hat. Mhm. Brauchst du einen Hinweis? Oder was möchte ich dir? Ich versuche gerade herauszufinden, was es ist. Ich habe ihn nie gesehen. Er hat ihn ganz woanders gelegt. Ich habe ihn nie gesehen, aber er hat ganz viele Parallelen zu meinem Leben. Danke. Weil ich habe jetzt nach einem speziellen Hinweis gesucht, der ganz konkret ist, wo ich es festnageln könnte. Und ich konnte nicht. Ich habe auch gespürt, wie unglaublich nah dieser Kontakt ist. Und das ist jetzt ein bisschen provokativ. Okay. Er hat gesagt, er sei ein bisschen eigenbrödler gewesen. Und er hat geschmunzelt und gemeint, das seist du manchmal auch. Obwohl du sehr sozial bist und sehr offen. Das stimmt. Aber du genießt die Zeit für dich, das ist dir sehr wichtig. Und manchmal, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben, ohne dass es falsch rüberkommt. Versuch's. Er sagt, dass du manchmal wie so eine kleine verrückte Professorin bist, die so an irgendeinem Projekt rummastelt, rummacht und von außen denkt man dann, was ist das jetzt? Und er mag das total, weil auch da er sehr ähnlich war. Und er sagte auch, dass dieser Hang zum Perfektionismus er auch war. Er war ein bisschen radikaler mit sich selber. Also er war, ich würde sagen, er war manchmal ein bisschen selbstzerstörerisch vom Lebensstil her. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett ausgeartet hat. Aber da bist du schon viel bewusster. Okay. Also du weißt, wo deine Limits sind. Das war für ihn ein bisschen schwieriger. Aber gerade auch in Bezug auf Beruf, auf diese Entwicklung, da scheint er eine große Unterstützung auch darzustellen aus der geistigen Welt. Darf ich fragen, er war ja jetzt nicht so ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe das Gefühl, dass er entweder beruflich sich einen Namen machte, aber in einem sehr speziellen Gebiet. Aber selber, was ihn ausmachte, ist auch eine Art Bescheidenheit. Obwohl er auch erfolgreich war, blieb er immer sehr bescheiden. Und das ist auch ein Element, was er an dir sehr schätzt. Im Gegenteil ist es, manchmal muss man dich schon fast so ein bisschen auf die Lorbeeren draufsetzen. Weil du nicht so der Typ bist, der, ja, weißt du, ich meine, vielleicht mit Komplimenten oder so. Ja, ja. Und er sagt, naja, manchmal macht man sich da die Freude fast ein bisschen kaputt. Aber gleichzeitig lieber so, als wenn du zu sehr auf dieser Welle schwimmen würdest. Und er war da auch der Typ in die Richtung. Jetzt, es gibt einige Dinge, die aber dann sehr privat werden würden, wo ich merke, ich fühle mich da gehemmt in diesem Rahmen. Okay. Dinge anzusprechen. Für mich ist es so weit gemacht. Okay. Gut. Und alles andere dann in der Privatsitzung. Genau. Weil dann fühle ich mich auch frei und kann den Stier bei den Hörnern packen. Okay. Gut. Dann danke ich dir. Danke dir. Danke. Kür? Ja, auf die Frage, wie das jetzt für mich war, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich so etwas bekommen habe, dass ich Botschaften aus dem Jenseits so vermittelt bekommen habe. Ich habe mich total darauf gefreut. Ich fand das super spannend, weil ich die Gelegenheit sonst nicht habe und da bestimmt noch viele Botschaften sind, die so übermittelt werden, die man gar nicht vermutet. Ich fand es zum Beispiel sehr schön zu hören, dass meine Großmutter bei mir war und bei mir gewacht hat, damit ich gut durch diesen Prozess durchkomme, der in der Tat sehr schwierig war. Also das hat so auch absolut gestimmt. Und ich hatte auch manchmal tatsächlich das Gefühl, also ich habe oft an sie gedacht. habe jetzt natürlich nicht gespürt, dass sie neben mir steht, aber ich habe oft an sie gedacht. Und genau, ich hatte auch diese Beziehung mit meinem Großonkel, von dem ich ganz wenig weiß, der aber sowohl beruflich als auch körperlich so viele Parallelen zu mir hat, dass ich immer dachte, da muss es irgendwie eine Verbindung geben. Und das war wahnsinnig schön zu hören, dass tatsächlich, obwohl wir uns ja nie gesehen haben hier auf der Erde, da so eine Verbindung besteht. Genau. Und da waren jetzt auch viele Teile dabei, die einfach sehr persönlich sind für mich, die sozusagen auch nur für mich bestimmt sind. Genau. Aber insgesamt war das ganz spannend und es war gar nicht so übersinnlich, also für mich jetzt. Es war eher so, als wäre Sui am Telefon gesessen und hätte mir weiter erzählt, was da vermittelt wäre. Das ist ja nicht unheimlich oder so. Es war eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Genau. Ja. 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 Ja.